Einen Traurigen habe ich gefunden, den auf dieser Welt nur ein etwas fröhlich machte. Wer sagt dir, dass an Philips Seite mein Los beweinenswürdig sein? Mein Herz. Solche Erkranke wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege. Wir wohnen unter dem Auge des Arztes. Will ich der Hintergang der Welt? Und will ich selber nicht? An meine Fegen fließe Blut! Siehst du es? Das hast du getan? Du großer Künstler. Shir. Steh.